Musik Hey Kollege, für dich war leider kein Einlass. Warum nicht? Ja, falsches Outfit. Das ist scheiße, Mann. Ja, aber nicht für euch. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Brett Kollegen, eine neue Folge. Und ab dafür. Ja, in dieser Episode waren wir für euch in Frankfurt auf der Girl Chocolat Pretty Sweet Videoprimiere. Und vielleicht mit Abstand sogar das beste Video der letzten Jahre oder Jahrzehnte, wie auch immer. Der Nachfolger von Girl Yeah Right. Bomben Video. Letzter Part, will nicht zu viel verraten, mindestens 20 Nevermind 9 Tricks. Auf jeden Fall gönnt es euch. Es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Dazu haben wir natürlich auch ein paar Leute befragt. Und was die dazu gesagt haben und wie ihr das fanden, das könnt ihr genau jetzt sehen. Hey, mein Name ist Kenny Andersen und willkommen zu Brett Kuling. Enjoy. Out at the pretty sweet premiere in Germany. Shoutout to Tito. Ich denke mal, es wird insgesamt pretty tight. Wir sind gerade hier bei Pretty Sweet in Frankfurt. Aber meistens freue ich mich auf den Malto Park. Schön Malto. Oh, Malto, ja, okay. Guy Mariano und Cory Kennedy. Mike, no. Mark Johnson. Jesus Fernandes. Max Schaaf. Guy Mariano. Guy Mariano. Guy Mariano. Guy Mariano. Kind of fucked. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.